Ah ja, ganz schnell zu Valerie zurück, ne Valerie, du bleibst schön brav bei dem Jeep. Hä? Ähm. Jetzt sagt bloß, du hast in der Zwischenzeit einen zweiten Jeep hergeholt. Inklusive einem Medipack. Oh. Einsteigen kann ich da aber nicht. Das Medipack nehme ich aber trotzdem mal mit. Gut. Hier kann ich das Geschütz des Geländewagens bedienen. Das ist ja sehr merkwürdig. Normalerweise steht hier nur ein Fahrzeug rum. Und normalerweise rennt sie uns hinterher wie eine Irre. Habe ich zumindest so in Erinnerung. Na gut, schleichen wir uns mal hier längs. Ach, hier ist auch ein Trampelpfad, siehste. Wir sind hier aber garantiert nicht allein. Also mal sowas von garantiert nicht. Bleib mal hier. Büschen. Mist. Den Kerl werden wir leider nicht geräuschlos ausschalten können. Das ist blöd. Siehste, da bräuchte man jetzt eine MP5 oder ein Messer. Weiter durchs Gestripp. Das hört der zum Glück auch überhaupt nicht. Wenn man hier im Sprintmodus durchs Wasser rennt, ne, das hört der überhaupt nicht. Wir sind ja so leise. Wir sind ja irgendwie ein Mitglied der US Special Forces. Oder von den Marines oder was weiß ich. Die können das. Die haben das drauf. Schritte von rechts. Oh! Ist der alarmiert? Runter! Scheiße! Aber wie der jetzt auf einmal zu der Tür gelaufen ist. Äh, ja was macht man jetzt? Machen wir den kalt? Ich würde sagen, ja. Sterb. Toll! Jetzt wollte ich hier einen super Headshot hinlegen und dann... No. Oh, guck mal. Kisten. Nein, Fluch der Karibikmusik habe ich jetzt leider gerade nicht da, aber im Kopf. So, nachladen. Und rein da. Nein. Okay. Oh. Ha! Erwischt! Ach, Mist, doch nicht! Shit, von wo kommen die? Ähm, das ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Granate! Nachladen! Volltreffer! Schluckt Raketen! Mist. Was ist denn da hinten jetzt schon wieder kaputt gegangen? Habe ich jetzt einen Lüftungsschacht geschrottet oder was? Ich bin wachsam! Bleib wachsam und start die Wand an! Sonst muss ich ganz kurz mal unsere Flanke checken. Nicht, dass die von hier hinten kommen. Das traue ich denen nämlich auch zu. Ich traue denen ja alles zu. Ist der? Hu 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 hu. Hi 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 hi. So. Der nächste weg. Das heißt, rein da. Ah, und es ist okay. Wieder einer. Und. Oh, da hat aber jemand eine schöne Knarre, du. Ah, Mist. Die hoffentlich nicht an uns ausprobieren wird. Komm schon. Weißt du was, wir jagen jetzt? Einfach mal eine Rakete hinter. Treffer. Und versenkt. Scheiße, jetzt kommen die von hinten. Warte mal. F9, speichern. So. Hatte ich! Ah, da ist doch noch einer. Der hat mit jemandem gesprochen. Und ihr sollt die Muni mitnehmen. Die wird nämlich langsam knapp. Okay, hier ist niemand mehr. Kommen wir hier weiter. Access restricted. Waaas? Oder auch nicht. Okay. Nehmen wir die Muni mal kurz mit. Und dann render. Merken. Warte mal. Speichern. Boah, ich muss aufpassen, dass ich nicht versehentlich auf 8 drücke, wenn ich speichere. Ist ja nicht so schön. Da haben wir auf jeden Fall nochmal Blendgranaten. Hier ist alles tot. Munition. Mitnehmen. Ähm. Das Medipack werde ich mir jetzt aufgeben. Alter, was habe ich hier bitte kaputt gemacht? Was haben wir denn da? Aufnahme von M249. Ach, schön. Also irgendwas im Guardroom habe ich, glaube ich, kaputt gemacht. Hä, keine Ahnung. Oh, das Mittagessen. Pizza, sehr schön. Ach, der Rechner. Ich habe den Computer kaputt gemacht. Jetzt, äh. Ja, habe ihn gerade repariert. So. Ach, weißt du was? Wir haben hier so viel Munition. Jetzt zerstören wir mal ein bisschen die Einrichtung. So. Einrichtung zerstört. Weiter geht's. Munition aufsammeln. Äh. War da drin nicht irgendwas, was wir gebraucht haben? Nö. Also ich sehe nichts. Ich glaube, der Guardroom ist einfach nur als Deko gedacht. Aber, mir fällt da gerade was auf, Freunde. Valerie ist gar nicht mehr auf dem Radar. Oh, oh. Das ist jetzt nicht so optimal. So, wir haben da oben wahrscheinlich noch die auf dem Wachturm. Jawohl. Stirb. Und so endet auch dem sein Leben. Oh nein, da ist sie ja. Und der Typ an der Gatling, den machen wir auch noch schnell kalt. So. Dann dürfte es hier soweit sicher sein. Jetzt nochmal ganz schnell die Muni aufsammeln. Wie heikel Storage. Da gucken wir auch gleich noch rein. Aber vorher noch schnell von den Scharfschützen da oben. Ach Mensch, ja. Ich glaube, wir hätten den Turm zerstören können, indem wir hier diese, diesen Gas, dieses Fuel-Depot, das Treibstoff-Depot, in die Luft gesprengt hätten. Aber naja. Ach, guck mal. Der hätte gar kein Scharfschützengewehr gehabt, sondern Raketenwerfer. Ist ja ein Ding. Hier haben wir auf jeden Fall noch mehr Munition und Medipack. Nehmen wir mit. Dann mal gucken. Hier ist alles nachgeladen, oder? Ja. Du ja, du ja, du ja. Okay, wunderbar. Speichern. Auch wenn das Symbol Speichern hier nirgendwo angezeigt wird, aber er speichert trotzdem. Weil ich das so will. So, äh, Valerie. Begeben Sie sich ins Lager und finden Sie einen Computer. Ja, ja, äh, Valerie. Ich muss jetzt erstmal die Valerie finden. Weil die hängt irgendwie total planlos da hinten in der Gegend rum. Täte mich mal interessieren, woran das liegt. Oder ruht sich die gute Dame aus? Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn sie hier stehen bleibt. Und... Ach nee, sie hat sich schon bewegt. Na. Du. Hm. Folge mir. Komm. Hi, Marie. Beifuß. Komm. Also, ich suche schon mal nach dem Computer. Du kommst dann nach, gell? Komisch. Normalerweise läuft die mit. Na gut, ich suche jetzt einfach mal nach dem Computer. Die wird dann schon kommen. Äh, hoffe ich. Vielleicht beamt sie sich dann auch einfach da rein. Hat es ja auch schon gegeben bei solchen Spielen. Aber jetzt wollte ich erst noch ins Vehicle Storage reingucken, ne? Also hier so. Mit Nachtsicht. Aber hier ist mal nichts. Außer ein Fahrzeug, das sie reparieren wollten. Und hier? Ach so, geht's nach draußen. Okay. Was ist das denn bitte? Waschmaschinenabdeckung? So, da haben wir nochmal mehr Munition. Aber können wir alles nicht aufsammeln. Schade. Was haben wir denn da hinten drin so? Nichts. Okay. Dann würde ich sagen, auf zum PC. Ich meine, ich sitze schon am PC. Hä? Ich muss hier hin. Also ich bin jetzt genau an dem, dem, ne? An dem blauen Punkt, wo wir hin müssen. Finde ich ja merkwürdig. Ich durchsuche jetzt einfach mal hier drin das Gebäude. Würde sich schon was finden lassen.